Mehrere hundert Millionen zu vergeben, Schatzjäger auf Erbschaftssuche in der Schweizer Bankenlandschaft. Caputo & Porno zeigt auf, wie vergessene geheime Schwarzgeldkonten durch internationale Erbschaftsfälle aufgedeckt werden. Hatten Sie einen Todesfall in der Familie? Haben Sie durch eine Erbschaft Hinweise auf ein Schweizer Bankkonto gefunden? Haben Sie einen Schlüssel eines Bankschliessfaches entdeckt? Haben Sie ein altes Notizbuch oder Tagebuch mit Geschäftsnotizen gefunden? Haben Sie alte Flugtickets in die Schweiz, Visitenkarten von Bankern, Anwälten oder Treuhändlern gefunden? Dann kann es sein, dass Sie auf Millionen sitzen, ohne es zu wissen. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr zukünftiges, noch unbekanntes Vermögen finden. In meiner über 30-jährigen Tätigkeit als Fachanwalt habe ich schon einige Mal erlebt, wie Mandanten von mir über Nacht zu mehrfachen Millionären wurden. Ich zeige Ihnen jetzt, wie. Caputo & Partners SwissbankingLawyers.com We fight for your money! Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissbankingLawyers.com von Paradeplatz in Zürich. Wie kann es dazu kommen, dass es Tausende Konten gibt mit Millionenvermögen, die einfach brach liegen? Vielfach handelt es sich um unversteuerte, geheime Schwarzgelder. Diese Schwarzgelder sind ausserhalb der offiziellen Geschäftsbilanz über Unwege in die Schweiz transferiert worden. Konten mit Schwarzgeld haben fast in allen Fällen eine Vereinbarung über die Postzustellung. Diese beinhaltet, dass die Bank keine Korrespondenz an den Wohnsitz des Kontoinhabers verschickt. Diese spezielle Vereinbarung wurde getroffen, um die Arbeit der Steuerfahnder zu erschweren. Diese Vereinbarungen sind auch bekannt als Postrestant- oder Holdmail-Vereinbarungen. Um die maximale Geheimhaltung zu erreichen, werden verschachtelte Offshore-Strukturen benutzt. Darum lautet das Konto nicht auf den Namen Ihres Familienmitgliedes, sondern auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft. Auch Schliessfächer bei Banken werden stets mit Konten zusammen auf den Namen von Offshore-Gesellschaften geführt. Wenn die Bank zehn Jahre lang keinen Kundenkontakt herstellen konnte, bekommt dieses Konto den Status «Dormant Account». Dieser Status dauert 50 Jahre lang an. Das Konto wird dem Ombudsmann gemeldet, aber von der Bank weiterhin im Interesse des Kunden verwaltet. Erst nach Ablauf von 60 Jahren wird das Konto im Internet publiziert. Wie forschen wir nach der Existenz Ihres Kontos? Welche Schritte müssen wir in die Wege leiten? Wenn Sie einen Namen einer Bank gefunden haben, dann müssen Sie sich an diese Bank wenden. Die Bank wird Ihnen aber keine Informationen geben. Wenn Sie sich nicht als legitimer Nachfolger ausweisen können, die Legitimation erfolgt aufgrund von Erbschaftsdokumenten, die sich je nach Wohnsitz des Verstorbenen richten. Ich hatte einen Mandanten, der die vermutete Bank schriftlich angefragt hatte, ob ein Konto auf den Namen seines Grossvaters existierte. Leider antwortete die Bank negativ aufgrund einer falsch formulierten Anfrage des Mandanten. Zwölf Jahre später habe ich durch einen anderen Fall herausgefunden, dass doch ein Konto vorhanden war. Das Konto hatte einen Kontostand von 3,4 Millionen Franken und ein Schliessfach mit knapp 4 Kilogramm Gold. In einem weiteren Fall entdeckten wir ein bereits geschlossenes Konto ohne Geld. Nach einer analytischen Rekonstruktion der alten Kontobewegungen haben wir Hinweise auf weitere Konten gefunden. Insgesamt haben wir 400 Kontobewegungen analysiert und eine Liste mit unbekannten Konten erstellt. Nach weiteren intensiven Recherchen hatten wir insgesamt drei Volltreffer bei drei verschiedenen Banken. Das erste Konto hatte nur einen Schliessfach mit einer bedeutenden Münzsammlung. Das zweite Konto war mit einer Immobilie verknüpft, die immer noch von den alten Treuhändern verwaltet wurde. Das dritte Konto hatte einen Kontostand von 360'000 Franken. Die gesammelten Dokumente können wertvolle Hinweise enthalten, die für den Laien auf Anhieb nicht erkennbar sind. Das kleinste Detail kann der entscheidende Hinweis zum Volltreffer sein. Darum ist es sehr wichtig, dass alle Dokumente von einem spezialisierten Fachanwalt analysiert werden. Nur jemand mit langjähriger Felderfahrung ist in der Lage, die verschiedenen Puzzleteile in der richtigen Konstellation zusammenzufügen. Ein akrybisch erarbeiteter Hinweis führt zum nächsten Hinweis und somit vervollständigt sich das Gesamtbild. Es kann sehr schnell zum Erfolg kommen, wenn alle wichtigen Dokumente vorhanden sind. Je länger der Fall zurückliegt, desto unvollständiger sind meist die Unterlagen und desto höher der Aufwand. Oft befinden sich in den Unterlagen Namen von Banken, die es nicht mehr gibt. Viele Banken wurden aufgekauft, liquidiert oder haben fusioniert. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sind mir alle Banknamen und deren Geschichte bestens bekannt. Viele Kunden fragen mich, wie viel Zeit solche Nachforschungen beanspruchen. Je detaillierter und umfangreicher die Unterlagen eingereicht werden, desto schneller können wir eine Prognose über den zeitlichen Aufwand abgeben. Im Verlauf der Aufklärungsarbeiten wird meist erst dann die gesamte Komplexität an die Oberfläche gebracht. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Offshore-Strukturen sind wir in der Lage, komplexe Strukturen zu durchschauen. Unser exzellentes internationales Kontaktnetzwerk erlaubt es uns, umfangreiche Recherchen in kürzester Zeit erfolgreich abzuschliessen. Die strengen Gesetze in der Schweiz stellen sicher, dass ein Bankkonto nicht einfach verschwinden kann. Sogar das Bankkonto von Lenin konnte bei der Zürcher Kantonalbank ausfindig gemacht werden. Lenin eröffnete sein Konto bereits vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges in Zürich. Dieses Schweizer Konto hat dank den strengen Bankengesetzen den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Verwandter über Vermögenswerte in der Schweiz verfügte, dann sind wir Ihre richtigen Partner, um dies herauszufinden. Warten Sie nicht jahrelang, bis der Schweizer Staat Ihr zukünftiges Vermögen einkassiert. Greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie 004144-212-4404. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die beste Strategie für Sie. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.